hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren folge hier pv canyon crossing mikrofon moment weit weg hoffen letzte folgen war halt nicht so dramatisch ja hoffen am besten ja einmal aufladen im schnee ich wünsche mir allen schönen sonntag ist ja wieder soweit ich sag mal so wird schön zu hören beginnt aufhört ist doof aber wie ist halt so ne wenn man praktisch eine mögen haben bilden und andere mögen ist ja leider mal so ne man muss ja mit dem breitkommen hat nicht und wenn der mutter beginnt also dann muss man sonntag kommt dann schön der freitag der freitag sonntag kommt da hinterher so mal vorne stücken ja wir haben schwierigkeiten gehabt haben gefahren das steht fest aber ich sehe mal ganz so dafür ganz viel ganz gutes menge holz getrunken sie weggefahren haben über eine million noch einen tag weiter und wir können da was verkaufen im april hat sie mal so da mal zuschlagen können ich habe bis man ausgelagert damit wir dann bis man produzieren können ohne dass wir jetzt wangsläufig sofort verkaufen müssten und so haben wir später ein bisschen geld verdienen wenn holz zumindest aktuell kann man nichts verwenden oder es macht gewachsen sich gerade so kalt ist das ist meine befürchtung und das sind die felder die ich glaube ich noch kaufen könnte müsste das hier nicht unbedingt aber wir müssen hier säge weg von dem holz wie gesagt eigentlich mein ziel später die wiesen noch zu machen baumwolle ne das ist was war hier das wollte ich nicht so ach auch baumwolle baumwolle die 43 was kommt dahin da ist doch nichts das ist so eine fläche die ich noch gerne kaufen möchte weil hier auch lager ist was ist die 40 hier wäre die erste das wäre so eine fläche was wird die kosten später oh die kostenvermögen eine million 1,6 aber da hätten wir auch viel wiese weil im grunde welchem anfang irgendwo das abbauen wolle das ist das zu trotz ja das wäre was kostet die fläche ja 1,9 taschengeld hier ist irgendwann mitten ich glaube mit mit leben oder sowas fragt wenn ich wieder funktioniert kommt alles noch also die fläche also hat jetzt ja auch kaufen ist gut die fläche interessant und da hat es ja gut 1,9 million dann werden wir noch viel was tun einer ist noch da also viel verkaufen aber baumwoll fällt dazu eigentlich nicht mein fall aber da müssen wir eine maschine verhauen und dann ja mal klar verkauft klimatoren aber wenn wir das extra irgendwo hinfahren müssten nur aus prinzip ne es wird schon gehen aber ich würde es gerne vermeiden also erstmal die felder die wir auch maschinen vorhaben also drescher haben wir ja schon mal das eine feld hatten wir schon mal gehabt missionen wahrscheinlich mal schauen da können wir irgendwann düngen hat das interessante hier müssen wir stunden weg machen sonst kann er nicht erfahren also nicht gut ja die fälle wenn man verdient werden wenn wir so viel nicht kriegen kommt den noch auf und dann können wir das entsprechend abladen ja wird ähnlich und dann mal hinteraubladen und so quer wieder eine das geht so nicht beim nächsten wiesenbaum bleibt da hängen da gibt es genug bäume die unterwegs nicht bei sind oder er kommt gerade entgegen mit anderen fahrzeugen dann ist das schon mal blöd der vorne nicht mehr junge das passt so drauf sind drauf nix das zeigte man hier an ja wohl egal und hat immer angezeigt absehen du fährst hier zum sägewerk und da sieht es ganz gut aus mengenmäßig das dürfte schon fast eine weile reichen also nicht ob das im ganzen winter reicht das weiß ich nicht glaube ich eher nicht aber bis zum sommer bestimmt und dann brauchen wir die traktoren auch für die feldarbeit wobei das garantiert noch nichts zu tun da wird man jetzt nicht zu viel holz liegen lassen wollen der meisterung ja heute kam die erste anfrage wegen thüringen weil bei kursing geht so einiges nicht weiß nicht was wollen wir mal ausschließen dass es bei thüringen auch so ist aus einem einfachen grund weil hochladen von von modstadt dauert und ich habe recht viele mods dafür und ich würde es nicht ungern probieren und zu unter hinterher festzustellen geht nicht aber ich habe hier geantwortet vielleicht hast du mal zeit abends mal für zehn minuten und das gott über zu reden und das problem zu lösen wenn das problem nicht gelöst wird bei kursing wird bei thüringen wahrscheinlich auch nicht gehen und wenn der theoretische playstation hast ja dann ist es schwierig weil egal wo es sind immer motzer bei die auf dings basieren auf auf skripte da wird schwierig aber vielleicht hast du bis dahin schon die antwort gelesen das heutige getan am samstag 6 wenn die folge kommt ist ja schon am 15 wenn wir schauen wenn wir schauen ob man aber eher gucken wegen oben da müssen die bäume noch weg ganz richtig dann werden wir später im server sind das besser werden die baube weg sind wenn das im server funktionieren würde ist das solange sich jetzt keiner auf crossing spielen möchte mich die bessere variante wahrscheinlich wird es auch so sein wenn man den server nur neben dem platz bei thüringen geht es auch so aber dass mir jetzt persönlich um versuch das mit dazu viel einmal zu tun muss ja diese ganzen mods löschen dann muss ich die mods von den thüringen land da ein problem existiert irgendwo mit mitten und ressource wird fehlt die draufkommend ist so ein baum weg nicht jedenfalls erst mal reden wir über discord das ist das beste denn was du da geschrieben hast kann ich so recht ohne musik raten das ist jetzt ich kann es nicht zu ordnen aber so weiß nicht was er damit meins freie fahrt und einer steht das mei wird faul hoch geht er er ist fast da jetzt gibt es gar nicht das schlecht besser jetzt ja nicht aufgerichtet mal gucken wo ich eingreifen kann das ist wirklich schlecht aber man trägt daran traktor an das ist wirklich immer so eine bein zieht es auch beim letzten mal habe ich auch aber für liegen also ich habe sie reingebracht denn jetzt kommt gleich nicht bei irgendwo warum ist er zusammen bisher heute waren sie noch nie umgefallen bis jetzt deswegen hat er traktor genommen mal gucken wenn er umfällt das ist tragisch da kann man zur not zurücksetzen aber voll wird es teuer extrem waren jetzt ein holz da hat ja auch arbeit drin wenn der walt hier nicht so teuer wäre er hätte ich nicht verkauft dann werden die wege kürzer weit besser 1,2 und müssen nicht noch million also muss er holz kann man jetzt sehen und ich da gekommen ist er schrecken gekriegt was ohne was ohne nix um die fahren auch nur mit 35 das gibt's nicht alles für schnee Hehehehe starken bauern gibt es ja da klappt er hatte pech gehabt aber alle da flogen da waren die bei war nicht fest aufgeladen also da war die bürzen selbstschluss gehabt die waren praktisch ja umgefallen weiter prinzip so ein bisschen genauer packen wollte und und dann hatte ich in den anhänger gegriffen und hochgezogen und dann ist er einen hohen bogen unter der karte geflogen das war natürlich ungünstig aber das passiert halt mal nicht diese runde wenn wir das er heute nicht mehr schauen und alles kann man machen wenn er hier und die fahren jetzt zurück das dauert zehn minuten ungefähr ich werde ein bisschen gruppen wegfressen wir haben fast 1,3 millionen das ist gut die moral könnte es mehr sein und alles nicht da nach wo sind drei moral drei wo man auch nur 21 kw brauchen wir würden nicht aber ich brauche in erster linie mehr geld und das gibt dann nur mit silage sie hier viel sind ich will tun zufrieden höchstens kant wegen ran fahren und vorne vielleicht dass einer da kommt nicht gut hin das ist da auch einer ganz schlecht also stunden die hier ist direkt neben dem baum liegen das ist dann ist der baum weg nicht das will ich nicht zu teuer aber der ist auch gefährlich und gucken ich muss hier irgendwie dichter rankommen da ist einmal zu sehen wo liefst recht flach da geht auch noch kommen wir gefahren kröken müssen gerade richten der schon ganz gefährlich das ist der baum weg der nächste das war ein kleiner baum oder macht das nicht 30 der nächste mal bestimmt ansehen der ist so hoch ja das holz ist mühsam und ich gehe zu ein turnier aber im grunde ist jetzt fast durch also form an nevon ja thüringen ist da ist aber eher das problem ja was möchtest du machen ich mich so viel arbeiten geht auch so im winter zu was wir da anfangen wenn das funktionieren würde also zur würde ich mal sagen ich würde es mal anders probieren dass das spiel mal starte und dann muss ich schauen musst du schauen was wir fehlen wasser von bot hat oder lang ganz cosplay und auto drive man ja die links geben das ist ja kein problem und das andere wird sich finden denn bevor ich jetzt mit 12 aber es probiere mit neuen karte muss ich erst wissen was genau jetzt bei der kurs nicht funktioniert denn das kann durchaus sein ich glaube ich also dann er auf der ja dann da auch nicht gehen würde und zweiter nebeneinander wird mir zu viel war könnte ich jetzt mal aber den hochplanen oder lieber so machen dass wir probieren dass wir so starten können über ein rechner wo die motzer wenn wir vorher unterhalten das nicht was über das gott gehen würde alles glaube ja nicht links kann ich da reingehen dass das ist das könnte ich machen aber erst muss erklärt sein hat er genau nicht funktioniert wenn das gleiche mit der türinger ist dann habe ich einen haufen arbeit gemacht da ist die zeit erst der zu schade führen nicht funktioniert ich habe die woche eh nicht so viel zeit so erst mal ist hier alles gefäßt was kriegen konnten wo waren gekommen sind bei schmerz normal nach schlafen da kann er sich wiederholen und ihnen sehen aber zieht ich weiß nicht was genau das ist die anderen fahren noch fleißig hoffe ich jedenfalls ja eine fährt ich nehme an das einfach zu zu viel das kann ich drauf wo sie da ist einfach zu viel mit dem schnee das ist unberechenbar vorweg kein schüler da war es ja nicht so nehme mal stark an dass der schnee mal wegtaut aber ich weiß es nicht aber war nicht genau weiß ich nicht also wenn jemand dahin dann ist er weg nicht aber gras wächst heute garantiert auch nichts missionen gibt es auch noch keine denke ich mal oder aber bei forst und schnee geht kein düngen ein theoretisch geht es nicht dünn dünn geht oh feld 14 und 35 35 das geht mal einfach lohren nicht nur ein taktor hier na gut ich kann ja vorn drauf lassen aber auch blöd vielleicht nicht brauchen da kann man es besser erkennen mit weiß ja wir können es nicht erlauben mehrere fahrzeuge wir haben das drei taktoren ich hätte noch einen gehabt den da dann habe ich noch zwei und zwei mit habe ich insgesamt vier und da ist sogar ein gewicht ja schwerpunkt machen das holz alles säge weg ist das auch ein system raus ist ne so was haben wir jetzt 35 mal gucken ob da hin kommt eigentlich ja 35 52 da oben 28 31 33 34 35 52 48 47 36 35 35 da kommen wir hin brauche lange sieben minuten ja das soll schon heute gewesen sein ich schaue mal bei schnee wenn ich keine holz fahren dass man sowas kann beladen kann ich doch und dann können wir das los schicken und dünner ist auch noch dran ja das ist ja bis jetzt mal tschüss und schönen wochen starten jetzt schön sonntag wir nutzen die zeit ist ja erst ja wenn um 13 uhr geschaut wird ist er noch ein bisschen nach einer zeit aber gut meistens von der statistik her wird immer abends geschaut viel abends ist auch okay passt schon tschüss 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 tschüss